Der Sohn einer Witwe wird wieder lebendig. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages kam ein Trauerzug an Jesus und seinen Jüngern vorbei. Es war der einzige Sohn einer alten Frau, die außer ihm keine Familie mehr hatte. Sie war verwitwet. Jesus sah die Frau und bekam Mitleid mit ihr. Er ging zu dem Sarg des Sohnes, fasste ihn an und sagte ihm, er solle aufstehen. Da stieg der Mann aus dem Sarg und alle, die es sahen, waren erschüttert. Die Frau war glücklich, ihren Sohn zurück zu haben und alle, die es gesehen hatten, erzählten überall davon, welches große Wunder Jesus getan hatte.